Dass heuer keine internationalen Touristen mehr kommen werden, also Deutsche und Niederländer, die immer sehr viel gekommen sind in ihren Weihnachtsurlauben, das war relativ klar. Und gerade in den Wintersportorten, für viele Hotels, auch die Restaurants ist es so, wenn die nicht kommen, macht es eigentlich gar nicht so viel Sinn aufzusperren, weil sie dann haben hohe Kosten. Du musst ja so ein Hotel hochfahren und im Grunde genommen betreiben, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen und all das. Und wenn du dann nicht ausgelastet bist oder nur zu 10 Prozent oder nicht mal das, hast du so hohe Kosten, dass sich das kaum auszahlt. Und von vielen kleineren Gastronomiebetrieben habe ich zum Beispiel gehört, dass die eben auch total leiden darunter, dass kaum mehr jemand ausgeht, selbst wenn sie aufsperren dürften. Und dass sie dann letztlich besser fahren, sie bleiben zu, haben überhaupt keine Kosten und bekommen aber diesen Umsatzersatz. Jetzt muss man aber sagen, der ist ja doch weniger hoch, als man gedacht hat. Zunächst hat es ja geheißen 80 Prozent, das freut es ja bis jetzt so. Und jetzt im Dezember sind es nur 50 Prozent und dann gibt es überhaupt nur mehr einen Fixkostenzuschuss im Jänner. Reicht das? Ja, aber es reicht schon. Was mir so die meisten sagen, die fangen nicht gleich zum Meckern an, weil jede Hilfe ist willkommen. Und man muss natürlich auch so viel sagen, dass der Dezember ist ja der stärkste Gastromonat je überhaupt im Jahr. Eigentlich mit den ganzen Weihnachtsfeiern, die es ja in normalen Zeiten gibt, die gibt es heuer nicht. Wenn du jetzt den Dezember des Vorjahres hergenommen hättest, das wäre echt viel Geld. Und geht sich halt dann vielleicht nicht aus für den Staat und den Steuerzahler. Es kostet so schon jetzt dieser Umsatzersatz 50 Prozent, wo mindestens eine Milliarde mehr als vorher. Also für kleinere Betriebe, was man so hört, die kommen einigermaßen durch, weil die Kurzarbeit wird ja nicht eingerechnet. Also die Gastronomie ist, die Hotels sind ja sowieso zu, bis auf ein paar Geschäftsreisende, die es aber auch kaum gibt. Und Lieferservice hat fast jeder inzwischen, macht nicht wahnsinnig viel aus, aber so das und die 50 Prozent gehen wohl so, dass man es im Wesentlichen irgendwie schaffen kann. Ein Problem sind halt größere Betriebe und mittlere Betriebe, die, sagen wir mal, mehrere Restaurants haben, die mehrere Filialen haben, Konditoreiketten, AIDA zum Beispiel kennt man hier im Osten, oder eben Restaurantbetreiber, die mehrere Lokale haben. Von der EU ist nämlich dieser Umsatzersatz mit 800.000 Euro gedeckelt. Also mehr als 800.000 kannst du nicht kriegen. Und große Restaurantbetriebe, große Hotels in der Stadthotellerie oder, wenn der Tourismus funktioniert, auch in Tourismusgebieten, Wintersport, die haben das schon im November bekommen, diese 800.000. Das heißt, die kriegen überhaupt nichts mehr im November, im Dezember. Und das ist natürlich blöd. Die haben diese 800.000 bekommen und jetzt gibt es aber nichts mehr. Damit ist man schon am Limit. Damit ist man schon am Limit. Und von der EU-Beihilfe her, der Rechtsordnung geht nicht mehr. Ja. Und die bekommen jetzt gar nichts, haben mit diesen 800.000 die Weihnachtsgelder für die Mitarbeiter bezahlt. Zum Teil Rückstände, Mieten und so weiter von vorher. Die kriegen jetzt auch mal nichts. Und da wird man vielleicht noch mal reden müssen. Glaube ich, höre ich ja von einigen, dass man da noch mal vorsprechen möchte beim Finanzminister. Ja, und dieser Fixkostenzuschuss, der ist höher gedeckelt. Aber was sind Fixkosten? Ja, also wenn du keinen Umsatz hast, der Umsatz zählt ja nicht zu den Fixkosten. Wenn du überhaupt kein Geschäft machst und deine Fixkosten gezahlt werden, schön und gut. Aber du nimmst ja dann nichts ein. Also es ist schon für viele prekär durchaus. Wir sind gespannt, ob dann wirklich am 7.1. eine große Öffnung stattfindet. Wie ist deine Einschätzung? Lässt sich der Wintertourismus noch irgendwie retten in dieser Saison? Also es wird sicherlich nicht so werden wie sonst. Und hinzu kommt ja, oder ich habe von einigen auch gehört, 7. Jänner ist so ein bisschen ein komisches Datum, weil eigentlich nach dem Jahreswechsel ist ein Loch. Da sind früher gekommen viele Russen oder auch Chinesen, die ihre Weihnachtsferien später haben. Die werden aber heuer nicht kommen. Und dann ist so das Nächste sind dann die Energieferienschule. Aber vom 7. Jänner weg ist nicht der große Boom im Tourismus. Sondern normalerweise sind es so Jänner und dann bis Anfang Februar kommen nicht so viele. Also es wird sicher was gehen, aber nicht so viel. Und es hängt sehr viel davon ab, ob dann erlaubt wird, dass wieder Deutsche zum Beispiel kommen. Weil ohne die deutschen Gäste, die den größten Anteil der ausländischen Gäste ausmachen, in unseren Wintersportorten, also in Tirol zum Beispiel, wird es sehr, sehr schwierig werden. Also es wird, glaube ich, keine Supersaison mehr werden können.